Hallöchen Leute, und da sind wir auch schon wieder, wir haben in der letzten Folge den gelben Edelstein geholt, wir haben jetzt mittlerweile 65%, wir sind cool, jetzt kommt der Midnight Run, wo wir eine Platinzeit von 18 Sekunden benötigen, das werden wir niemals hinkriegen, nur mal so nebenbei. So, ich bin gespannt, das tolle ist, wir können jedes Mal ein paar Äpfel einsammeln, yeah, Äpfel, Äpfel sind rumpf, so und tippidi hopp. Dann, 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 ich wollt grad sagen, eine Maske wär wirklich ziemlich gut, denn damit kann ich diese bösen Gestalten einfach besiehn. Das ist doch cool, ja, das ist doch cool, 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 das ist doch cool, ja, ja, das ist doch cool, 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 ich weiß das, ich besser bin als die ganz anderen, Let's-Player für Crash-Bernicode. Kot! Kot-Lotscher, du Kot-Nascher, du Kot-Naschender, Kot-Nascher, du Kot-Naschendes Stück Kot. Oh, es war eigentlich recht gut aus, es ist gerade das Ärgerliche. Mann, es deprimiert ein voll hier. Schön aggressiv mit der Stimme bleiben, damit die Audioqualität auch mal wieder ordentlich wird. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, wenn man die ganze Zeit so reden muss. So, dann, 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 dann. Ja, was soll ich nur sagen? Ich hab grad echt keine Ahnung, ich bin jetzt einfach grad nur dabei. Ich hab einfach nur Bock, das Spiel zu spielen und hab keine Ahnung, worüber ich reden soll mit euch. Tut mir echt leid. Aber das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Komm, ich brauch noch ne Maske. Oh, jetzt noch ne Maske wär Hammer. Na, schade. Wie, es gibt hier nur zwei Masken? Egal, wir haben ne Gold-Zeit. Das ist hundertprozentig ne Gold-Zeit. Wär sogar fast ne Plattenzeit eigentlich. Oh, ärgerlich wieder, aber egal, Gold. Egal, ich hab Gold. Wer hat noch mal gesagt? Ja, ihr komischen Rap-Fan-Style. Sag mal, wer hat noch mal gesagt? Egal, ich hab Gold. Ah, das... Nee, nee. Ne, keine Ahnung. Sagt's mir. Ich hab keine Ahnung. Ich hör schon zu lange kein Rap mehr. Oh, Leute, habt ihr gesehen, was ich gesehen habe? Mal kurz gucken. Okay. Clear. 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 Nicht Clear. Da gehen wir mal rein. Wir brauchen noch Edelsteine. Nur wir haben kommen Leben. Nein. Wenig Leben haben ist voll doof. Wir haben noch 16. Oh, Gott. Ich will auf jeden Fall einen Game Over vermeiden. Das kann ich euch sagen. Kiste, Kiste, Kiste. Kisten. Wir haben sieben. Ich bin Edel. Nur so nebenbei. Ah, stimmt. Jetzt haben wir ja wenigstens wieder Checkpoints. Geh direkt ins Gefängnis hier. Keine 2.000 Euro ein. Und werde arm. Wie, äh, Hip-Hopper. Hip-Hopper werden nicht reich. Also Untergrund Hip-Hopper jedenfalls nicht. Das habe ich gelernt, Leute. Voll traurig, ne? Oh, komm. Warum haben wir uns hier nicht schon vorher die Kisten geholt? Das wirkt gerade so einfach. Ne, ernsthaft, Leute. Das ist gerade echt irgendwie sehr einfach. Hä? Guckt euch das da mal an. Wir haben einfach mal alle Kisten gesammelt. Und das im ersten Versuch. Warum hab ich das vorher nicht gemacht? Wir haben sogar ein Leben dazu bekommen. Yay. Oh, wir haben keine 88. Ich mein, juhu. Keine 88, 88 steht voll uncool, Leute. Hey. Hört auf sowas zu sagen hier. So. War natürlich blöd. Ich hätte noch eine rauchen sollen. Ah, hab ich ob noch Kippen hier in der Schachtel? Noch zwei. Okay. Heißt, ich kann noch eine Aufnahme machen. Ohh, ich will rauchen. Leute, ja. Ähm, so. Wie viel... Haben wir denn jetzt eigentlich schon viele Dingen da, ne? du wirst schon 11 ist keine hohe zahl muss erst mal gehalten elf ist noch nicht alt genug komm ich mach dir einen neuen wo warst du nur um wir haben auch viel zu tun wo ich jetzt da mit laufzeit ja komm laufzeit was soll ich jetzt verarschen blödes Vieh ey man ich denke ja irgendwie immer im tiefsten inneren dass ich über das Gras springen kann oh siehst du ja hier kommen wir jetzt auch ran heißt da haben wir auf jeden Fall einen Edelstein sicher oh ist der Dino schneller ich weiß nicht aber mit dem Dino können wir die Kisten besser kaputt okay ich hab mich getäuscht der Dino ist scheiße beim laufen und wo ist eine extra Maske sehen wir das mal so an oh da ist er gut das sah einfach mal gut aus ich lass die Wut raus und nun auch in HD okay das sieht doch echt eigentlich gut aus heute da ist es schon aber das ist das Level das ist das Level wo ich dachte dass mich da eine Vogel nach oben holt in so einem Bonus Ding ich habe mich nicht wo ich das gelesen habe oder wer mir das gesagt hat wow Gold so muss das sein ne 7 Minuten noch was erst ah Leute wir sind zu schnell ich muss mehr fail nein muss ich nicht fail ist blöd wir sind zu schnell 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 wir sind zu schnell